Der eine hat volle Energie, der eine Uga. Hilf mir mal einer. Das kann nicht sein, wir haben alle angeschossen, ich habe auf jeden einzigen geschossen. Da geht überhaupt niemand rein, Leute. Der Ritter ist schon da. Da ist überhaupt niemand reingegangen. Da muss doch einer schon hinrennen, wenn ich die Uga von oben wegschieße. Soll ich das auch noch machen? Ja, ich bin jetzt schon tot. Der Ritter schießt mir in den Arsch von oben. Pass auf Granate, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wie zu viel abzieht. Er hat offen, er nimmt Schaden, er nimmt Schaden. Slack, ich mache keinen Schaden mehr. Wie geil ist denn das? Er nimmt aber noch Schaden, schieß weiter, schieß weiter. Ja, ich mache jetzt auch Schaden. Schieß einfach weiter. Ja, schieß weiter, gleich hammern. Für alle drei Zwanziger Waffen, komm. Ich schieß hier 100 Magazine raus jetzt. Ich auch nicht. Also eigentlich normalerweise nicht. Hatte ich noch nie, ehrlich gesagt. Was? Was? Ey, komm schon. Einer ist rausgeflogen. Der, der rausgeflogen ist, hat gelaget. Deswegen ging es dann. Ne, aber du bist schuldet, dass es gelaget hat, weil du rausgeflogen bist. Dann hängt sich das Spiel auf. Der war auch Drupführer, weil jetzt habe ich den Drupführer. Deswegen hat es gehandelt. Nein, warum bin ich es dann jetzt? Es sind drei Leute rausgeflogen. Ja, so kann man Oryx auf Harden extrem schnell legen, wenn jetzt jede Runde drei Leute rausspricht. Das geht jetzt bestimmt sehr, sehr schnell. Das ist echt nice. Ich bin auch drin. Ich bin fast tot. Oben. Was Dreckarmor ist. Bei mir 12 Uhr, Lightning. Nach rechts geportet. Hier bei mir 12 Uhr. Bei mir, rechts, 12 Uhr. Er ist down. Ich bin fast tot. Ich muss weg. Ich muss weg. Okay. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ja, bin, 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 bin. Okay. Passt, passt, passt. Schießt, schießt trotzdem, schießt trotzdem, schießt trotzdem auf ihn, schießt trotzdem auf ihn. Ah, fuck, ey. Ich habe links geguckt. Du warst aber nicht. Du warst, weiß ich nicht, wo du warst. Das war aber echt, das war ein Top-Run eigentlich. Das war ja gar nicht, ey. Das ist übel. Aber ganz ehrlich, also wir hatten alle Phasen. Wir haben alle Phasen geschafft, die man braucht. Von daher. Ja. Na, top. Ganz ehrlich. Kommt zu mir. Lightning. Lightning. Wir haben alle Phasen geschafft. Das ist ein Mund am mir Uga down machen, Uga sind down bei uns. Ja, wir haben beide. Ich hab Blaus den Kamm gefangen gerade, äh rennen, rennen Leute, rennen, ja, passt. Was ist mir beim PvP passiert? Die Teammates haben mich an die Wand geklatscht mit zweimal Nahkampf, war ich tot. Mündig, ich hab immer Max. Ja, aber ich geh hoch. Äh ne, ich bin letzter, oder? Oh, sorry, ja, falsche Uhrzeuge sind, ja, ja, gegen die Uhrzeuge sind, klar, sorry. Ich bin oben. Ich bin oben. Die Uhr sind fast tot, pass auf. Ja, haut zu. Das muss so knapp sein, dass der Hardrail ist, sonst ist er nicht spannend. Oh, ich bin runtergefallen. Ey, das ist nicht dein Ernst. Schieß die Oga tot, schieß die Oga, ich versteck mich, schieß die Oga tot, ich versteck mich. Sagt mir Bescheid. Dann kill die noch. Schieß die Oga tot, ich versteck mich, schieß die Oga tot, ich versteck mich. Sagt mir Bescheid. Sagt mir Bescheid. Brennen Leute. Es war zu spät, wir müssen früher los. Ich sag einfach los, ja, aber ich schaff's noch, aber das Ding war schon neben mir. Auf mir. Ja, ich krieg Schaden jetzt. Ich muss auf jeden Fall schneller rennen. Renn so schnell du kannst. Ich muss auf jeden Fall schneller rennen, sonst bin ich gleich tot. Ich krieg schon wieder Schaden. Ich bin gleich tot, wirklich, ohne Witz. Super, ey, ich hab wahnsinnig viel Schaden bekommen. Du warst nicht in meiner Nähe, aber ich hab Schaden bekommen die ganze Zeit. Ich hab keine Ahnung wieso. Bei mir. Nee, nee. Äh, ja, 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 natürlich bei mir Lightning. Ja, ja, klar. Sorry, ich war in der zweiten Phase. Ich komme. Wo ist der? Ich hab leider... Ja, haut zu. Ach, nichts. Egal. Weiter. Uga down, Uga down machen. Bei uns sind alle down. Runter. Ich krieg die scheiß Bubble nicht. Nee, mir auch nicht. Ich auch nicht. Jetzt mach ich Schaden. Macht euch vor Frennen bereit. Macht euch erst mal Frennen bereit. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ist nicht rennen? Okay. 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 Lass mal weg. Ich mach rechts wieder. Snipe den links einer. Snipe den links einer wieder. Ich mach rechts wieder. Ich bin auch drin. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier bei mir 12 Uhr Lightning. Down, oder? Bei mir 12 Uhr Lightning. Nach rechts geportet. Nach rechts geportet. Ist down, okay. Hä, der war doch schon tot. Er hatte keine Energie mehr. Wir sind Gegner, Leute. Das heißt, wer muss hoch? Ich weiß nicht, wo er steht. Ja, okay. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Ich bin sicher, das müssen wir jetzt um einseiten anschauen. Er schlägt zu. Uga Down Ja, down, runter, runter, runter Das passt, das macht nichts Ich kann beide holen Kräfte nicht, ey, was ist denn das? Okay, Schattenphase Schattenphase, Leute Letzte Schattenphase Synthesen nochmal nehmen jetzt schnell Komm zurück, Sniper Ich auch, das ist ziemlich Ich bin schon drin, ich bin der erste Nach rechts geportet Bei mir 12 Uhr, Lightning Mir auch Wo ist er? Bei mir 12 Uhr Sack, 12 Uhr bei dir Ich hab keine Snipermonie mehr gleich Er kommt, er kommt, er kommt Spring, 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 spring Fuck, der portet sich Er ist bei mir 12 Uhr, Lightning Lightning, 12 Uhr, Lightning, 12 Uhr Ist tot Eine Phase noch Er geht nach links Nein, 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 hinten, hinten Mein Gang, bei Wehner Das ist die links von hoch Das ist gerade echt krass zu der weg Aber egal, wir haben ihn gleich Na eben Das ist mehr, wie es geht Bitte unbedingt auf meinen Ogasch, ich bin ja alleine Ich will nicht weggeschossen werden von denen Nein, aber wenn er da ist Geh einfach Geh davon aus, dass du hast Ja mach einfach nochmal, als ob es gehen würde Oga 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 Keine Muni mehr Ja, Oga sind da an Doch sind down Der ist down, oder? Wir müssen jetzt noch auf ihn Schaden machen, Leute Macht auf ihn Schaden Schießt ihn in der Mitte Das ist nicht dein Ernst, oder? Wir haben ihn jetzt gerade zu dritt gefickt Nachdem alles gelangt hat Wir keinen Relikt hatten Und alles Alles war kaputt Wir haben das gefrästige Herz Hab ich auch noch gekriegt Was? Ich hab doch ne Synthese geschluckt Die hat mir gar nichts mehr gebracht Weil ich sie nicht nachladen konnte Ich zeichne auch auf, das geht auf YouTube Was war das denn? Wie ne kranke Scheiße Das erste Mal auf Hardpressiv ohne Relikt am Ende Was? Ich krieg halt nichts Doch Brustpanzer Oh, ich dacht schon nichts Ich dacht schon nichts Ich dacht schon nichts Das wird ja gar gescheiße 314 Ja, nicht schlecht Das ist, das ist wie wir top Ich bin 13 Ich bin halb auf 311 Ja, sicher hab ich's aufgenommen Komplett Ich hab alle Versuche auf Punt Was? Das ist jetzt noch 3 Stufen oben 315 Alter Hast du nen Helm bekommen? Er hat den Helm bekommen! Er hat den Helm bekommen! Die miese kleine Sakratte hat auch noch den Helm Ich soll das machen 313 320 319 315 316 316 316 318 316 Sonst geht er bei ihm ab Er hat halt den Helm aus dem Hardware auch noch Das sind halt noch die besten Perks drauf, gell? Kehrschatten und Infusion 325 316 316 416 416 516 416 416 216 416 516 516 416 Das Relikt ist weg, der Typ konnte es nicht aufheben, es hat gelaggt, der Oryx hat gelaggt. Wir haben ohne Relikt den Oryx auf hart besiegt, ich weiß nicht was hier abgeht. Das ist ja wohl, das ist nicht normal. Und ich habe noch einen Brustpanzer bekommen. Juhu! Bis dahin, euer Lightning. Juhu! 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 Juhu!